immerhin ein es gibt gar keine türen es ist halt lustig ich glaube ich jetzt das bedürfnis am schluck wasser schluck wasser schwerhöriges rumgehüpfen eingefunden was er hat ich glaube auch mal an das die wir uns alle auf das so her also sicherlich und geordnet war ja klar Hallo? Hallo? Nee. Ja, ich weiß. Der war von mir. Versuch mich hier noch. Oh, hallo. 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 Stimmt, der wird ja schneller. Das ist auch gleich. Immerhin, Vitamine. Da ist nix versteckt. Da auch nicht. Nein, ich hab' nicht alle auf. Räubern natürlich. Ich hab' keine Pferde. Ich hab' kein Wasser drin, ist trocken. Oh! Ein Zombie. Das ist heute mein Tag. Hm. Hm. Die Schildersatzung würde auf jeden Fall funktionieren. Oh. Vier Portionen Blut. Ja, bleibt mal kurz stehen. Dreh dich mal bitte um. Nein, stehen bleiben. So, bleiben. So, ich bin tot. So, jetzt kannst du weitermachen. Man steht schlecht auf einem Bein, hab' ich mir gerade gedacht. Wie hat das funktioniert? Ja, ja. Hat nicht funktioniert. Nee. Ah! Viel besser. Viel besser. Hab' dir nen Spoiler dran gebaut. Ich wollt grad sagen. Ich wollt grad sagen. Ist das der Auf? Besorger gefunden? Was hast du denn Besorger gefunden? Ja, auch. In der Nähe von der Kirche. Ja. Wie immer. Punkt vom Ende. Oh. Da waren Parts drin. Auf dich aufmerksam machen. In der Nähe von der Kirche. ich würde sagen die etage drüber ja 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 Wir sind schon hier. sind aber sehr beschäftigt da oben mit der Schenk äh, auch mal machen die da oben Gold, versuch's immer Gold, versuch's gleich mal abzufangen Ja, mach mal Oh, nehmen wir zuerst die andere Oh Ja, zumindest einen Hallo Dicker Oh, hab schon wieder einen gecrashed Da und von draußen Oh, lass ich doch Spaß haben Wir haben da und guck' Von wo die kommen Von draußen geht alles gut Aber wir kamen von draußen rein Oh ja, die finden uns schon Ja, da ist ja Da ist noch einer Da ist noch einer In dem Fall hat er im Kopf In dem Fall hat er im Kopf Wo kam der denn dazwischen her Da ist noch eine Tür da links Ja, da geht's noch ein Keller Ja, da geht's noch ein Keller Ja, da geht's noch ein Keller Nehmen wir Keller Nehmen wir Keller? Ja, ich sehe Ja, wobei es nicht Was die Besitzer dieses Hauses denn hier so schönes gemacht haben Die geben sie ihnen einen Bären auf Die geben sie ihnen einen Bären auf Oh, Jackpot Das war schon mal gut, das hat's nix Ja, da sind die Leute da Ja, da sind die Leute da Sieht die drei Spieler aus hier Sieht die drei Spieler aus hier Waschküche Nix nix an den Bären Stoff 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 das ist aber gut Warwerkbank Warwerkbank Da ist ein Arbeitskeller gefunden was das war also noch mal oben ja ja also wenn sie jetzt nicht ausgezogen sind dann würde ich sagen ja ich habe genug bei der Ausbezogen. Tja. Sie sind wahrscheinlich jetzt schon so frustriert durch unsere Anwesenheit, als ich gedacht habe, oh ne, es geht nicht. Wir haben zu viel von uns getötet. Genau. Das ist ein Schuss. Ah, das ist für jemand So, wo ist man denn? Ah, ich bin freundlich gerade, dass wir kommen Na komm, schlag weiter, lass mich doch die ganze Arbeit nicht allein machen Na gut, war du Erledigt Ich hab ja noch die Wand, die sah da so komisch eben aus War das zu groß oder was? Ich dachte zuerst, das wäre eine Wand Treppe hoch Nee, nicht Treppe hoch Ja, die Wand, die sah da komisch aus Ah, ich seh's Cool Cool Alles Treppe hoch Hm, da geht's noch eine Treppe hoch Ja Hier in der Ecke Noch was gefunden, schön Ja 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 Das ist nicht dran, das sieht nicht dran aus. ja ich habe schon gesagt ich habe gerade den Kopf das ist ja genau unten haben wir noch einen Raum und vergessen ich habe mich nicht gesehen wann ist der scheiß Treppe nach oben ja, bei mir aber ich habe wahrscheinlich auch was, wo wieder nichts ist na, immerhin war hier Spielmünzen drin da war nix, da war nix mhm wüsste du auch noch was das heißt, wir sind hier der Arsch bis auf den einen Raum einen Raum hier vorne rechts wir sind da Bilder noch ganz weil, äh, da ich hinter sein kann ja, war ein ich habe meine Energie gespart hier sind Bilder Bilder must die genau, Bilder böse ja, woher ist der? ja, warte ja, naja das wir wollen mal abbauen warte du weißt nicht, wo wo die ist wer wäre Rudi? genau wir haben jetzt Fahrräder genau wir haben jetzt Fahrräder mhm, mhm, mhm gucken wir, ob da lang was ist so bist du so bist du also prinzip, ich habe jetzt zwei Folgen aufgenommen wir können jetzt auch Schluss machen die letzten drei Folgen dann habt ihr noch sechs Folgen ne, stimmt nicht, drei Folgen zu gucken aber guck mal da was denn? vielleicht ein Ei äh, da noch nicht vielleicht ein Ei deine Ansprüche sind einfach zu hoch, Dirk echt? ja, da wacht es in jedem Nesten Ei dabei flog ja nur einer übers Kuckucksei ich bin schnell in die Richtung aber besser bei einer anderen naja alles gut dadurch, dass meine Sichtweite ja so gering ist ich würde ja gar nicht sehen, wenn hier was wäre wer war da? jo was hast du das für eine Mama? nö vielleicht ein Ei such meinen Ei ja, wir nutzen die Mama Schütze ein jo ja 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 Wir waren noch nicht dran. So. Kann ich die Autos auf Blumen lassen? Hm, aber Messing drin. Messing. Vergegnung uns zu vollem Schwede. Tja, er war zumindest kurzzeitig motiviert. So ist es vielleicht nicht raus. Ja, so ist es keine Autos. Ich habe einen Zombie gefunden. Schön. Er hat zumindest was gesagt. Hat er Hallo gesagt? Denker? Er hängt einfach vor der Tür. Ach, ey. Hey. Guten Tag. Arbeiten Sie hier? Bin der Klappauer. Bin der Klappauer. Bing. Dirk, 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 warte mal. Drehst du dich mal um? Hey, ich schulde keinen. Hallo. Komm, komm. Ich habe noch eine Idee, was ihr euch machen könnt. Komm, bitte. Dreh dich mal um. Dann zwei. Noch ein. Ja, du hast ja schon zwei. Ich habe dir alle beide hinten an die Fersen geschossen. In jedes Fall, wenn du gehst, dann wackeln die so rauf und runter. Wenn du das sexistisch mal sogar raus hast. Wie? Das ist doch nicht sexistisch, das ist bei dir rausgepackelt. Ja, das ist sicher. Ist aber überempfindlich. Oh, da ist einer. Da steht er ganz still in der Ecke. Dann holen wir mal. Oh, der hat's aber eilig. Oh, der hat's aber eilig. Und was der, wo er hin wollte. Ganz doll Stürmeln willst. Nein, du musst nicht. Ist der, der ganze Zeit? Ganz doll, ja. Ganz doll, ja, ja. Echt? Ich wollte mit ihm spielen. Hast du das徒schwunden? Ja. ja doch hier scheint irgendein raum noch dahinter zu sein ich glaube es ist das ist das ist das was 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 soll das sein? Du hast zu viel Pfeile? Bisschen, ja. Nee, ich weiß nicht. Ich fand einfach, das musste noch ergänzt werden. Ja, weil er sich ja nicht umdrehen wollte. Da kenne ich doch nicht für. Hätte er sich umgedreht, hätte er einen Fall woanders reingekriegt. So krieg ich dann den Arsch. Ich habe es nur gut gemeint. Geht es. Hoch und gehen. Immer noch nach oben. No. Immer in Richtung der Pfeile. Ich kann ja nicht sehen, was ich gemacht habe. Von daher ist das schon okay so. Warte, du spürst das nicht, ne? Ja, du spürst es auch nicht, genau. Von daher ist doch alles okay. Na, war aber auch ein super Deal. Ja, war aber auch kurzer. War kürzer, genau. Wir müssen nur eine Sache müssen wir noch machen, bevor wir hier gehen, ne? Nein, da ist kein Leiter dran. Wirklich. Aufmerksamkeit. Mehr davon. Ja. Da steht so schön, ne? Turm. Ah, ne, jetzt kommt er. Äh. Ich weiß noch nicht, warum er jetzt oben zusammengekracht ist und dafür umdreht. hier unten noch immer in der Luft steht, aber das tut ja nicht so Sache. Hey. Oh, was ist passiert? Ich weiß nicht was. Jetzt war ich nicht alleine. Was? 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 We got it. OIL!!! How was I gonna see another? das ist mir alles auf den kopf gefallen wilder ständig macht da irgendein zombie gehört vor mir das war es abgebaut nicht blick in der dirk du hast alles vergessen auf das abgestürzt so dann würde ich sagen soll man hier ins haus gehen und dann ausmachen in zu haus oder oben was meinst du mit oben da vorne ist das kleine können auch die drüben zum haus noch gehen ist ja auch noch so eine villa ist vielleicht noch safer schäfer kein schäfer 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 das ist alles am Abend ach, Journey's End ist das wer ist das? Journey's End was ist das? ein Haus oder wir gehen hier auf den Autofriedhof aber wir haben Zondes genau also wauwauwaukopf stay next ja wegfassen ach komm komm ja ja und, war es schön? mhm ok oh, war es zu streng, na 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 was Grotes was Grotes was Grotes was Grotes jetzt wo du es erwähnt hab ich auch noch mal, aber die Gäste hab ich gebranchen was Grotes um was Grotes was Grotes was Grotes was Grotes Wo ist meine Spitz? Frau Spitz? Spitzhacke 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 Ja, wir sind ja hier am Anfang von der Wüste, ist ja ruhig Oh, das ist schön Was ist denn? Ich bin auch hier hinten ab anbauen Super, ich hab einen getötet Achso? Weil das wollte Das ist ja richtig Da hat sich das gefragt Und du sagst, ich mach ständig mal Ah, Scherbehilfe ist zwar in Deutschland nicht ideal, aber wie selbst Da kann ich sterbehilfe oder ganz tote Eigentlich kann man hier auslocken, Dirk Ja Ja, hier Ja, ich hole ein bisschen das Haus, ja Ja So Jetzt misch hier mal auf die Kasse Wenn du und dann vielleicht noch mal mehr Geld verheißen mag Goldroten Tee, bitte helfen, habe ich aber kein Bein Ich habe goldroten Tee, hier Ja Dann hast du ja wieder Glück Weil bei dir alles Weil bei dir alles Tee Das ist runter Tee Das ist doch egal Warte, ich habe noch was Einmal her Vielleicht Das ist besser Das ist ein Bier Ja Das ist doch egal Das ist doch egal Trotzdem wird es mir gegen durchfall nicht helfen Und äh Wie heißt das Einzeug noch mal hier? Äh Auch so Geld, was die Bienen machen Honig auch nicht Nee, ich brauche Goldroten Tee Nee, da kann ich leider noch nicht bei helfen Was ist bei einer Flasche Wasser? Auch nicht Hm Kommen wir das besser aus Hast du da nicht Hast du da die Scheißerei oder was? Ich habe die Scheißerei Dann drehe ich rum Mach einen Stopfen rein Okay Hier bitte Ja, Stopfen ist dran Okay, fühle mich gleich viel besser Vielen Dank Hab mir einen Stopfen reingeschossen Okay Ja Wir danken euch zum Äh Also zu Wir danken euch fürs Zusehen Brrrr Ich bin müde Wir danken euch fürs Zusehen Also wie gesagt Wir nehmen noch die nächste Zombienacht auf Also so drei Folgen werden wir noch machen Und ähm Die seht ihr dann nächste Woche Und ähm Ich werde in der Zwischenzeit nochmal versuchen Ob ich irgendwie Aleas Rechner nochmal dazu bewege 7 Days to Die Laufen zu lassen Und wenn nicht Sind das dann definitiv die letzten drei Folgen Also von daher Bis nächste Woche Tschüss Tschüss papa v to zurück вр die es r всё hier OS ch hier